Servus Leute! Willkommen in einem neuen Video! Wow! Oh nein, mein Handy! Alter! Hey Bro, kennst du das neue Vlog Pro nicht? Nein, was ist das? Das Vlog Pro ist eine Handysicherung, das man sicher schon einige Smartphones gerettet hätte. Gedacht ist es für den Autosport, wie Ski dann gehen, laufen, klettern und für uns Bargleiter finde ich es richtig cool. Im Griff weiter montiert, kann man online geschränkt jeden Augenblick festhalten, ohne Angst um so ein Smartphone zu haben. Die Handytasche bietet natürlich den besten Schutz bei den ganzen Aktivitäten. Besonders beim Paragleiten finde ich die Rollensicherung extrem genial. Wenn das Handy nicht gebraucht wird, dann ist es quasi auf kurzer Leine. Den Flug kann man dadurch ungestört genießen. Ungestört ist man ebenfalls beim ausgezogenen Seilzug. Die 85cm habe ich mit dem Arm nicht erreicht. Um das Smartphone zu sichern, brauchst du eine klassische Handyhülle mit einer geschlossenen Öffnung und den Wheel-Log Adapter. Nach dem Schließen der Hülle bleibt nur eine kleine Schlaufe über, die im Alltag überhaupt nicht störend ist. Fürs Bargleiten ist jetzt interessant, das Sichern per Karabiner oder per Molekip. Jeder kennt die Sicherungsloops an dem Gurtzeug, die sind einfach perfekt für den Karabiner. In dem Fall benütze ich einfach die seitlichen Taschen vom Gurtzeug. Bei breiteren Schlaufen ist der Molekip genial. Ist das Wheel-Log montiert, wird das Handy per Seilzug gesichert. Der kleine S-Karabiner gibt auch den letzten Restrisiko überhaupt keine Chance mehr. Die Handytasche lässt sich universell montieren, mit der ist das Marphone einfach bestens geschützt. In puncto Gewicht gibt es überhaupt keine Ausreden. Es ist leichter als wie jeder Snack. Somit gibt es überhaupt keine Nachteile mit dem kleinen Ding. Man darf einfach nicht zu faul sein, dass man es verwendet. Ach, warum muss das immer an mir passieren? Ja, das würde ich euch nicht vorenthalten. Auch beim Streckenfliegen unterstützt mich das Wheel-Log. Es wird einfach moderner, mit dem Smartphone zu fliegen. Und ich habe da für mich eine Lösung gesucht, das was das Ganze einfach praktisch gestaltet. Mit einem 3D-Drucker habe ich gemeinsam mit einer Freundin eine Handyhülle konstruiert. In dieser Hülle ist auch ein Induktiv-Ladegerät eingelassen, das was das Handy magnetisch in der Hülle hält und mir jederzeit die Möglichkeit gibt, ohne Kabelsalat jeden Moment fest zu halten. Ich finde, das kleine Ding ist eine absolut geniale Handysicherung und für jeden Gleitschirmpilot ein Must-Have. So, aber raus wieder in die Natur mit euch. Ja, das Video, das habe ich aus eigenem Interesse für euch gemacht. Vom Wheel-Log bin ich da nicht unterstützt, aber was ich für euch organisieren konnte, und euch darf euer Wheel-Log verlosen. Alles, was du dafür machen wirst, ist natürlich diesen Kanal zu folgen und bis zu diesem Datum ein Kommentar zu hinterlassen unter diesem Video. Der Gewinner wird dann automatisch von mir verständigt. Und ja, ich wünsche euch das Beste. Na gut, das war's jetzt mit dem Video und ich gehe jetzt natürlich flirren. Ich wünsche euch wohl das Beste. Tschüss für euch! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Ich wünsche euch исторisch,